Willkommen zu einer neueren Kanalvorstellung zur Nummer 20, Nummer 20, zur Welt der Wunder. Schauen wir mal das Logo an, www.weltderwunder.de Ein freier TV Sender, endlich was interessantes! Und Kanalbeschreiber herzlich willkommen im offiziellen YouTube-Kanal von Weltderwunder TV. Weltderwunder TV sendet Faktoren, Entertainment ist frei entfangenbar und wendet sich mit einem spannenden Programm an neugierige und wissensorientierte Zuschauer, bestehend aus Dokumentationen, Reportage, Magazine und Beiträte. Weltderwunder TV sendet auf Kabel Deutschland. www.weltderwunder.de www.weltderwunder.de Schwierige Sätze Luxe Sibel ist eine Einspeisung in die Kabelnächte Deutschland, Österreich und in der Schweiz geplant. Weltderwunder TV und Weltderwunderschöne werden von Weltderwunder TV-Welt der Wundersenderbetrieb DmbH betrieben. Betritt am 99.09.2016 wird der Wundersende Live Facebook, Twitter, Midi, Tech, App, 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 iPhone, App, Google Plus. So, schauen wir mal in ein Video rein. Oder in die Playlist, sag ich nicht mal. Und mal in ein Nachwuchsmusiker. Hallo, hier ist Jan Rubel aus dem schönen weihnachtlichen Leipzig. Ja, eine wunderschöne Musik oder Melodie, sag ich nicht mal dazu. Und ich bin in die Zutaten ein bisschen verhustet. Nimm mir Füße. Ähm, hm, 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 hm. Schlau dich schau, äh, schlau dich schlau. Und, hab auch gesehen. Oh, ja, 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 Tor, Tor! Und wenn das jetzt faul? Ich will jetzt heulen. Nach weniger Klamotten haben. Für Frauen unmöglich. Sie wollen für jeden Anlass etwas dabei haben. Auf alles vorbereitet sein. Das heißt, hätten sie... Ja, das stimmt manchmal ihre komplette Zeug manchmal nicht. Aber, ja, ich sag dann damit einfach. Schauen wir nochmal in ein drittes Video rein. Ähm, was hier aktuell ist. Und das wäre... Stimmt das wirklich? Internet-Tipp auf den Prüfstand. Hm. Willkommen zurück bei Schau dich schlau. Stimmt das wirklich? Joey überprüft heute Tipps und Tricks zur Pflanzenpflege. Ein Trick, der wirklich stimmt. Kupfer hält Blumen länger frisch. Dagegen etwas vollkommen anderes. Ich suche nach einem Wehrwolf, der in einem kleinen Ort in Hunsrück sein Umfeld findet. Das könnt ihr euch selber mal, ähm, schlau machen. Schlau dich schlau. Und damit würde ich sagen, von meinem Kanal erstmal... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Und nächstes Video mit Kanalvorstellung anschauen. Und wenn ihr Wünsche habt oder allgemeine Anmerkungen könnt ihr mir persönlich... Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020